hier habe ich mal ein bisschen was anderes hier habe ich von hot wheels ein 66er ford fairlane gt upsala das war es doch schon ja so sieht das gutes stück aus ich habe mir gedacht ich mache auch mal ein paar videos jetzt über hot wheels weil ich da auch immer mal wieder welche rein kriege weil ich auch hot wheels sammeln ich sammeln einfach viel zu viel um ehrlich zu sein sollte ich den finden im netz werde ich den euch natürlich verlinken ansonsten war das jetzt ein extrem kurzes video wünsche ich euch noch einen schönen tag ihr könnt gerne ein like da lassen oder meinen kanal abonnieren bis denn dann schau